Ich bin jetzt gerade am Stand von Redding. Redding macht Wiederladezubehör, zum Beispiel Matrizen zum Wiederladen oder jetzt auch diese Messe Neuheit. Nach dem Kalibrieren der Hülse kann man am Hülsenhals quasi die Qualität dann nochmal genau prüfen, ob da alles passt. Schauen wir mal, ob wir es aufs Video bekommen. Und dann kann man es einmal komplett rundum drehen, ob da jetzt irgendwie eine Unrundheit bestehen würde. Das Gerät heißt selber Concentricity Gouch und ihr werdet das über Reimer Johannsen in Deutschland dann auch bestellen können.